Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute drei interessante Themen eigentlich. Wir wollen einmal über das Bitcoin-Having sprechen, weil jetzt natürlich auch aktuell, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, viele Artikel rumgeistern, dass das Bitcoin-Having auch ein sehr gefährlicher Prozess jetzt für den Bitcoin tatsächlich sein kann. Ja, dadurch, dass die Miner dann gezwungen werden zu verkaufen und es noch tiefere Kursrutsche geben würde und dann wird alles zusammenbrechen und 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 der ganze Kladder radatscht. Das wollen wir einmal auseinander tüfteln, wo wir schon beim Thema Having sind, haben unter dem letzten Video auch viele gefragt zum CKB-Having, also von Nervous Network, wie sich das auf den Preis auswirken könnte und Constellation Deck haben wir jetzt noch mit aufgenommen. Das hatten mich auch sehr viele gefragt, ob ich das mal in die Chart-Analyse mit aufnehmen können. Und damit wollen wir dann auch direkt anfangen und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, gehen wir rüber in den Split-Screen, das ist hier jetzt noch gerade der Bitcoin-Chart. Dazu kommen wir, wie gesagt, gleich, wenn wir uns auch den Artikel zum Having anschauen. Aber angefangen jetzt mit Constellation Deck und zwar haben wir das jetzt mit in den Chart-Analyse aufgenommen. So großartig viel können wir da jetzt nichts zu sagen, weil wir einfach gar keine Struktur haben. Also rein charttechnisch, wo wir da jetzt einsteigen können oder nicht. Also erstmal zu Constellation Deck. Wer das Projekt vielleicht noch nicht kennt, also das Deck-Protokoll zielt ebenfalls darauf ab, auf hohe Skalierbarkeit, kostengünstige und schnelle, effiziente Transaktionen in Kombination mit deren Konsensus auch über die Distributed Ledger-Technology. Ja, also wenn ihr ein ausführliches Video vielleicht nochmal zu Constellation Deck haben wollt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann können wir das auch nochmal machen. Wir wollen heute lediglich die Chart-Analyse betrachten und in dem Fall eine Long-Term-Analyse, weil das letztlich auch die Frage von einem User gewesen ist, ja, wo ich Constellation Deck dann in dem Fall sehe im Bullrun. Und ja, wenn wir es natürlich rein aus der Chart-Analyse jetzt betrachten, hier aktuell ist nicht viel. Wenn wir aber davon ausgehen, wie wir es üblich machen, wir nehmen das Low vom C-Crash, das All-Time-High, also das Peak 2021 und dann das jetzige Low vorausgesetzt. Das bleibt beim Low und geht nicht noch tiefer, ansonsten muss man hier die Level natürlich nochmal korrigieren. Aber ansonsten sehen wir tatsächlich dann Constellation Deck hier oben bei 76 bis tatsächlich 94 Cent, also fast einen Dollar. Das war auch noch eine Frage, ob ein Dollar bei Deck drin sein kann. Schwierig, also gerade bei jetzt der prozentualen Aufwärtsbewegung, da sprechen wir natürlich schon von zweieinhalb, fast 3000 Prozent hier in dem Sinne. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge, also dass er weit drüber hinaus schießt, müssen wir halt schauen, wie intensiv tatsächlich so der Bullrun ausfallen sollte und wann er vor allem kommt und welche Projekte bis dahin das überleben. Wie gesagt, so komplett unter die Lupe genommen habe ich das Projekt jetzt noch nicht, aber über eine Chart-Analyse sehen wir auf jeden Fall jetzt erstmal diese Preisziele, wenn es so läuft wie üblich und natürlich dann auch wie in vergangenen Resultaten. Ja, wo kann man Constellation Deck kaufen? Letztendlich ging das sehr, sehr lange Zeit nur über KuCoin. Kann man mittlerweile aber auch auf anderen Börsen wie CoinEx jetzt zum Beispiel handeln. CoinEx, wisst ihr auch, hat gerade eine Future Trading Aktion, also dementsprechend, wenn ihr euch registriert, ist selbstverständlich ein Affiliate-Link, ist ja kein Geheimnis. Würdet ihr natürlich auch mich und den Kanal unterstützen. Gleichzeitig, ja, gibt es aber noch 15 Dollar Bonus insgesamt, beziehungsweise, nee, 35 insgesamt, also 5 Dollar direkt Future Bonus, 10 Dollar Cashback Voucher gibt es nochmal und 20 Dollar, wenn man dann insgesamt, das ist ewig gültig, auf 30.000 Dollar Trading Volumen kommt und da kommt man, wie gesagt, relativ schnell hin. Man muss dann nicht mit 30.000 Dollar handeln und so weiter, sondern einfach immer nur, wenn ihr einen Trade eröffnet, vor allem wenn ihr ihn auch mit Hebel eröffnet und wieder schließt und so weiter, dann zählt das jedes Mal ins Volumen rein. Also dementsprechend, man kommt da selber relativ schnell auf ein 5-stelliges Volumen, selbst wenn man grundsätzlich auch nur ein 400, 500 Dollar Trading Konto hat über die Zeit. Ja, das auf jeden Fall aber dazu. Wie gesagt, Link dazu ist in der Videobeschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Constellation Deck, das ist auf jeden Fall möglich. Das sind so die ersten Preiszile der Chart-Analyse und dann machen wir auch direkt weiter mit den Halving-Prozessen. CKB und Bitcoin haben wir noch bevor und zwar, das ist jetzt hier erstmal der Bitcoin-Chart. Machen wir die alten Analysen mal aus. Da haben auch viele gefragt, warum da jetzt so viel drin ist und so weiter. Klar, ich kann die alten Analysen, die jetzt da 2021 oder jetzt hier auch wieder rauslöschen. Ich lasse das nur einfach gerne drin, damit ich weiß, wann wie oder wie oft habe ich eigentlich schon irgendwelche Märkte analysiert. Deswegen sieht es dann natürlich irgendwann relativ kompliziert aus, wenn da hier so viel eingezeichnet ist. Rein theoretisch kann man das ganze Gedöns hier auch schon wieder rauslöschen, weil die Zyklen in dem Fall ja hier vorbei sind. Und ich lasse es einfach aus Prinzip trotzdem immer drin. Ja, jedenfalls war da natürlich die Frage dazu, ob das Halving oder was heißt die Frage dazu, was jetzt in vielerlei Artikeln rumgeistert, dass das Bitcoin-Halving sogar den Mining-Sektor extrem gefährden kann. Denn mit dem Halving-Prozess ist es ja so, dadurch, dass die Rewards, also die Belohnungen für die Miner, halbiert werden, kriegen sie natürlich für die Rechenleistung, die sie zur Verfügung stellen, also für die gleiche Rechenleistung und natürlich auch die gleichen Kosten, also die Stromkosten, die sie natürlich unter anderem damit haben, nur noch die Hälfte an Belohnung. Deswegen ist es natürlich eigentlich Pflicht in dem Sinne, dass der Bitcoin-Preis sich im Gegenzug dann auch mindestens mal verdoppelt oder sogar natürlich drüber hinausschießt, damit das für die Miner weiterhin profitabel ist. Und grundsätzlich, warum das mit dem Halving dann auch im Regelfall immer ansteigt, also der nächste Bullrun eröffnet ist, ist nämlich genau dieser Prozess, weil es für die Miner dann nicht mehr profitabel ist, für die gleiche Rechenleistung die Hälfte der Belohnung zu kriegen und dann natürlich die Bitcoins zu verkaufen. Weil das machen sie ja natürlich, indem sie die Bitcoins verkaufen, indem sie natürlich einerseits kostendeckend arbeiten und selbstverständlich natürlich auch Gewinn für sich machen. Und insofern, dass dann der Halving-Prozess kommt, ist es in der Regel so, dass die Miner dann nicht mehr verkaufen, weil sie natürlich darauf warten müssen, dass der Preis natürlich höher steigt. Und wenn sie weniger verkaufen, das wissen natürlich auch die Großinvestoren, die wissen, okay, wenn ich jetzt hier einsteige, ich werde die ganze Zeit von den Minern irgendwie gedammt und so weiter und wenn die jetzt gezwungen sind, nicht mehr zu verkaufen, dann wird extrem viel in den Markt eingesteigt und eingesteigt, genau, eingestiegen und dann hat das natürlich automatisch einen größeren Preisanstieg mit sich zu bringen. Und jetzt geht es natürlich rum von wegen, ja, wenn dieser Preisanstieg dann aber nicht kommt, die Miner können das nicht ewig zurückhalten mit ihren Kosten, die sind dann gezwungen, günstiger zu verkaufen oder das Mining lohnt sich dann nicht mehr für die und dann wird aufgehört mit Mining und so ein Gedöns. Also dementsprechend heißt es natürlich, der Bitcoin-Preis muss zwangsläufig da eigentlich einen sechsstelligen Bereich irgendwann nach dem Halving erreichen. So hieß es hier in den Prognosen auch, dass wir hier bis Ende diesen Jahres noch, wollen wir es hier, 45.000 Dollar erreichen können und das finde ich tatsächlich gar nicht so unlogisch, denn das hatte ich ja auch mal hier in der Prognose drin, jetzt hier in dem Bereich, dass wir dieses Jahr auch noch auf jeden Fall auf 35.000 bis 40.000 kommen sollten. Das war ja auch meine Prognose noch. Wir haben ja üblicherweise ja immer so ein Sommerloch. Der September ist auch meistens der schlechteste Monat so für die Kryptos und den Bitcoin und dann kommt der berühmte Abtober, wo dann alles so langsam eigentlich wieder hochgeht und das Halving steht dann ja auch vor der Tür. In dem Sinne, dass es dann eher wieder schon etwas steigende Kurse gibt, dann gibt es wie gesagt auch meistens dann erstmal wieder eine Korrektur, sodass wir dann mal irgendwie so die Bewegung haben. Hier, dann kommt auch wieder eine Korrektur und dann zieht das aber dann langfristig doch weiter. So, das ist ja immer die Idee und dann wirklich bis Ende 2024 wir tatsächlich 100.000 Dollar Bitcoin sehen sollten oder 125.000, wird hier sogar prognostiziert. Und dass wir es vor allem auch sehen müssen. Und ja, wir müssen natürlich gar nichts im Kryptomarkt, aber ja, es deutet dann doch relativ viel natürlich darauf hin, weil wir haben ja natürlich auch die Blackrock-Spot-ETF-Anträge, die sich natürlich jetzt noch ein bisschen ziehen könnten, aber das wird genehmigt, Leute. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit, wann das Ganze kommt und auch wenn es dann nochmal eine Kapitulation der Miner gibt, das ist ja so noch nichts Unübliches gewesen, dass die Miner dann abgeworfen haben oder abwerfen mussten, um vor allem auch ihre Kosten zu decken und all so ein Gedöns. Auch das ist ja kein Prozess, der jetzt zum ersten Mal auftritt und sagt, oh mein Gott, jetzt bricht das ganze System zusammen. Ja, das ist jetzt nichts, was den gesamten Bitcoin oder den Mining-Sektor als solches da irgendwie zu Fall bringt als solches, aber finde ich auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Ich bin da mal auf eure Kommentare gespannt. Schreibt ihr mal eure Theorien dazu in die Kommentare. Und ja, dementsprechend können wir uns natürlich wohl darauf freuen, dass wir tatsächlich bis Ende des Jahres nochmal steigende Kurse sehen und jedenfalls 2024, spätestens 2025 dann tatsächlich, wie prognostiziert, den sechsstelligen Bitcoin. Denn auch das haben wir ja in der Analyse drin und das haben wir ebenfalls so prognostiziert, dass wir hier tatsächlich beim Peak 120.000 bis sogar 146.000 Dollar landen können. Also das ist auch nach wie vor, bleibt das auch meine Prognose. Das mache ich ja nicht aus Scheiß, um irgendwie FOMO hier zu kreieren und ja, krass, Bitcoin 100.000, Bitcoin eine Million, kommt alles. Und ja, das hat ja schon alles Hand und Fuß, was wir hier machen. Gut, machen wir mit CKB weiter. Da steht jetzt ja auch das Harving vor der Tür, nämlich im November. Und da war auch die Frage, inwiefern sich das auf den Preis auswirken könnte und ob wir noch genug Zeit haben zum Einkaufen vorher, bevor das Harving stattfindet. Und ja, also zum Einkaufen sowieso. Der Preis steht nach wie vor natürlich sehr, sehr niedrig. Generell aber dazu gesagt, das Harving schießt jetzt den Kurs nicht direkt zum Mond. Also das wird auch meiner Meinung nach im Sell-the-News-Event enden. Genauso haben wir es ja bei Litecoin gesehen. Das Litecoin-Harving hatten wir jetzt ja auch. Und der Kurs steht deutlich tiefer als vorher. Also hier war, hier Anfang August war ja hier irgendwo das Harving. Bumm, danach ist es abgestürzt. Sobald jeder weiß, dass das Harving vor der Tür steht. Dementsprechend wird meistens vorher gekauft. Und dann soll natürlich der Retailer nochmal in den Markt gelockt werden. Und dann wird in dem Fall, die, die vorher eingestiegen sind, von denen dann schon wieder Profite gezogen und gedumpt. Und dementsprechend, ich denke ähnlich, also wir stehen hier deutlich tiefer, das ist ja 50% Kursrutsch knapp nach dem Harving. Langfristig ist das natürlich ein sehr, sehr guter und bullischer Prozess oder ein bullisches Event für CKB Nervous Network, hier das Harving. Denn das ist das einzige Problem, was meiner Meinung nach Nervous Network CKB noch hat. Das ist einfach, ja, stark inflationär ist noch und dementsprechend mehr Angebot als Nachfrage herrscht. Und genau dafür sind ja diese Harving-Prozesse da, dass das eben weniger dann ausgeschüttet wird und weniger inflationär wird und dementsprechend langfristig sehr, sehr bullisch. Ich denke aber tatsächlich, zum Event selber wird das auch da im Sell-the-News-Event enden. Und wir werden noch genug Zeit haben, CKB dann auf jeden Fall zu kaufen. Und ich sage mal, wir sind hier gerade am absoluten Low. Und selbst wenn der hier auf diesen Stand zurückkommt, also ein bisschen steigt in dem Sinne, sind das immer noch gute Preise. Also wenn wir mal schauen, wo wir hier stehen oder schon gestanden haben, also von daher, ja, Leute, also selbst wenn er hierhin zurückkommt, wenn er jetzt auf einen Cent steigt, dann sind das immer noch keine schlechten Einstiegspreise für CKB so in dem Sinne. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere von euch natürlich schon deutlich teurer gekauft hat. Und generell allein zum All-Time-High zurück vom jetzigen Stand aus hier können wir da auch noch über 1.000, 1.500 Prozent mitnehmen. Und das Halving selbst wird, denke ich, jetzt keine Preisexplosion auslösen. Und wir werden noch genug Zeit haben, CKB dann auf jeden Fall günstig nachkaufen zu können. Aber generell, ja, möchte ich natürlich auch vor dem Halving noch ein bisschen was sammeln. Also CKB ist auch einer der Coins, auf die ich auf jeden Fall nachkaufen werde. Da es für mich natürlich jetzt auch sehr tief steht und im Kaufbereich dementsprechend ist. Es ist natürlich auch noch ein Small Cap, so in dem Sinne ist es natürlich auch ein risikoreiches Projekt. Aber ich denke natürlich auch, dass das, ja, langfristig sehr, sehr gut durchstarten kann. Und definitiv auch Thema Interoperabilität ein sehr, sehr nennenswerter Konkurrent für unser anderen Projekt, der auf jeden Fall auf dem Markt ist. Und allein dadurch, dass es natürlich auch ein Small Cap Gem ist, ist auch rein prozentual meistens natürlich immer mehr damit zu holen. Ist natürlich auch gleichzeitig etwas risikoreicher. Ja, das aber auf jeden Fall da zur Frage hoffentlich beantwortet. Und ansonsten schreibt mir alles Weitere sehr, sehr gerne in die Kommentare. Live-Stream weiß ich noch nicht genau, ob ich das jetzt morgen oder übermorgen schaffe. Wird so ein spontanes Ding, denke ich mal, ich kündige das aber auch rechtzeitig auf YouTube und auch in meiner Telegram-Gruppe an. Und dann würde ich wie immer sagen, lasst da gerne einen Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.